Musik Moin Leute, wir sind es wieder, Rising Sunday und Sweeten Ja, das ist jetzt der fünfte Part Und, ja Was machst du da? Warte, das ist ein Was ... ... ... ... ... ich habe wieder eine neue Kiste es darfst gegeben komm jetzt wir gehen immer an diesen anderen Turm da ok ja gleich mach mal musst du das grad mit Wolle oder mit ja nein Wolle ein einer aus diesem Teil wo ich herkam da kriegt man diese Blöcke hier achso eigentlich nicht schlecht aus der schwarzen Dimension dann nehmen wir grad mal eine Schwert mit weil da ist so ein scheiß Portal bevor wir da reinflutschen und nicht mehr wieder rauskommen nein nein da kommt man wieder raus bei den halt nur wenn dieses Schwert benutzt ist das Schwert lebt immer noch egal keine Ahnung kommst bitte bevor es sehr dunkel wird darfst nicht immer vorfliegen ich weiß nämlich nicht wo er geht ja warte kriegst du jetzt schon falsch gerade zum Haus nein komm jetzt zu mir du siehst mich doch hier hallo hinter dir rechts rechts da hier ja komm lauf zu mir hier ist ein komisches Portal pass auf geh da mal rein ok wir wollen da rein weiß nämlich nur wie man da rauskommt ich soll ich auch da rein ok selbst außen sports dann wieder hier oder irgendwo anders Thomas hör mich mal gerade bitte nicht einen falschen Schritt mache bin ich in der falschen Dimension ich habe einen Sattel das sind nicht so tolle Sachen wir kommen wieder raus ja komm hinter dir wo bist du wo bist du vor mir vor dir ja dazu ich log mal geradeaus und komm weil das noch so ein Portal wo ich grad bin ich will auch irgendwie mal rein da bist du ja ich seh tschüss was machst du da hinten hier ja dein Flugstab hier ich seh dich nicht bist du blind ich seh dich wirklich nicht da bist du jetzt seh ich dich ich will ja durchgehen ich will ja durch also manchmal richtig geile Küsten ich wollte ja durch das geht nicht bei dem ich ich geh mal den anderen rein ich geh mal da rein mal gucken was drin so ist ähm ich muss wieder kurz raus bei mir ist ja cool hier der Server ist weg nein jetzt wieder einfach rein was muss ich jetzt hier machen gar nix ich bin ja jetzt da drin muss ich die Löcher hier fallen oder was fälst nicht in die schwarze irgendwo schwarze wo schwarze ist hin springst nicht rund weil hier ist irgendwie gar nichts drin wenn ich mal Kisten sind hier geh raus ja bin draußen egal dann komm mal weiter fast gleich in der Nacht wird und die ganzen Queeper scheiß zu öfter spawnen ich bin hier ich was läufst du da hinten ist irgendwie ein kaputtes haus nö hier ist nichts drin wo bist du jetzt hin auf einfach vor ich sehe dich noch nix muss grad mal ganz kurz selber gucken wo das nochmal war ja wir sind ein bisschen falsch hier ist ein turm hinten ich sehe dich selber nicht mehr welchen kordis bist du 500 minus 556 67 und 262 nein ich gehe gerade mal in dieses schwarze teil rein ich sehe immer noch kein turm was mir hat 60 und nein nein ich kann nicht so weit bauen muss ich wohl fliegen ich in der schwarzen dimension was thomas der schwarzen dimension beim turm welche türme geht man eigentlich generell nicht rein weil da scheiß sachen sind ach so ich gehe gerade nur ein portal rein ich mache gerade einen sicheren weg nein oft durch so welche portale gehen was thomas alle gehen da geht es noch weiter da geht es noch weiter du bist aus der weg gefallen sagst du nicht weil so muss ich ja dieses fucking ausgang lange dauert hat man das gerade gehört was ich glaube ich bin tot ja hat er gefallen hm ähm musst du so eine ähm ähm musst du einfach mal ein bisschen rumlaufen und dann ist da mal so bald so eine leuchtende auge nein nicht leuchten augen irgendwo ist dann so eine art fluss der leuchtet da muss dann rein springen dann komm ein fluss der leuchtet hier ist ja alles schwarz ja 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 und dann ist da eins ein bisschen anders das ist dann halt so am leuchten halt dann rein springen interessant hier kannst du schon nach vorne blau ein ist dann auch mal ein bisschen leuchtende sie sind hier sogar monster Darf man die angreifen? Die Türen Wenn du die angreifst, dann gehst du irgendwie eine Etage runter oder so Okay Oh mein Gott, gibt's hier viele Kriegst du keinen Fallschaden Ja, was du machst Jupp, ich hab's grad auch gemerkt, ich bin grad übelst weit runtergefallen Du darfst nicht nach ganz unten fallen, dann verlierst du alles Wer hat grad noch Hab meins gefunden Ich noch nicht Hast du dieses Schwert dabei? Welches ist dieses eine gute? Nö Wer muss das finden? Warum leuchtet hier grad alles bei mir? Ja Alter Alter Auf dem Meer nirgendwo gesp- Hast du den Weg nach Hause markiert? Hauptsicht Set die für mich ist dieses Schwert wenn du dich hast neighbourhood auf dem Meer Ja Tokig Hallo, lass mich teleportieren. Dann heute nicht. Außen. Ja, ich glaub, ich hab jetzt das Richtige, da ist einfach irgendwas auf der Map. Was Artrot und so in verschiedenen Leuchten. Oh ja, das ist es. Ich hab's gefunden. Ich riech jetzt nicht, dass ich raus kurz rausge- Und ich hab's gefunden. Ich hab's gefunden. Ich hab's gefunden. durchgeht ist doch voll weit weg da schon zurück vielleicht könnte es ein bisschen ist es halt daher müssen wir auf jeden fall bleiben ist eine fette fette burg und viele schiffe sind auch was seine burg so eine richtig richtig große burg ist da auf der karte sichtbar fliegende burg nein auf dem land jetzt kommt es her wenn ich mir jetzt neue zum laden und ein paar kleine schiffe die kann ich einfach so mal ausrauben alter er hat ja bei mir alles auf einmal es kommen die alle mit den kleinen schiffen zu mir gefahren ja süß das ist so ein fetter geist das sieht auf jeden fall so aus wie ein geist ich habe gerade keine achse zu verraten keine ahnung was es ist oder mitnehmen einfach mal zurück ich bin hier richtig weit weg gespawnt deswegen muss er jetzt gerade wieder als neu laden nach alter im boss mit spring von der klippe als ich 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 WHEN ich ich Okay. Giftige Tomaten. Amboss haben wir. Was haben wir? Amboss. Alter, echt jetzt? Verdammt, zurückfliegen. Die haben mir mein Schwert geklaut gerade im Moment. Unter Wasser. Alter, gerade am Spawn. Ich fliege einfach mal scheiß auf das Schwert und nicht jetzt. Der Schwert war doch verzaubert, übel. Ja, und? Wenn ich jetzt sterbe... Ah, das schwertest in meinem Inventar. Das ist sauber. Hilf in einer... Ja, bin gleich da. Hab ein paar neue Sachen. Kann man zum Haus? Was? Zum Haus. Ja, ich kann gleich... Bin auch gerade unterwegs, deswegen... Ich habe gerade nur eine Funktion. Ein Pferd, Alter, ich habe gerade so angehört, wie sind ich keine Ahnung was. Leuchtende Blumen sind hier gut? Was? Leuchtende grüne Blumen. Ah, ne, das sind nur so Nachblumen, die sind... Jo, okay. Das sind ja Choco-Bowls. Wie fängt man die? Aus etwa. Ach so. Let's go. Ja. Das war's. und somit ich da bin da ne wo ist der Eingang hier We're off the game. Er hat zurückbekommen Naja Was habe ich gehört? Endes Ähm, ich wäre mal hier gerade nach einer Pause, ne? Und man sich das nächste Mal Bis zum nächsten Mal